Das ist noch einer, das ist ein 2! Wir brauchen auch einen Terry, wenn man sieht, was der für ein Damage macht. Der Terry ist schon blutig. Der Bloodstalker auch. Mein Baryonyx hat ungefähr noch 10 HP. Ja, bevor er drauf geht, hau ab. Ja, ich kann ihn nicht grünen und nichts. Wir müssen den Fight hier unten gewinnen. Mit was? Fisch? Ich hab keinen Fisch. Ich stun den hier. Ich bleib einfach hier und stun den. Meiner ist gleich... Bloodstalker ist tot. Sehr gut. Ich tu ganz kurz raus. Ich muss Stamina. Ich seh seinen Med nicht. Sein Med ist weg. Ich kann den halt nicht vorschieden. Ich kein Fleisch hab. Nicht raus, geh nicht den Terry! Du musst den Terry! Ja, ich hab doch keine Stamina mehr, Mann. Aber das musst du doch dann sagen! Alter, wenn der Terry kommt, bin ich tot! Der Terry ist gleich tot. Terry ist wieder... Nee. Terry einfach drauf. Ja, deswegen. Wir müssen abwechselnd halt Stamina machen, weißt du? Wenn du jetzt musst, dann mach jetzt nicht beide. Kann ich jetzt... Okay, aber wirklich. Ich hab... Du hast 10 Sekunden oder so. Dann musst du. Ja. Ja? Ja? Gut, dann geh, 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 geh! Bei dich, bei dich! Okay, ich geh raus, ich geh raus! Alter Schwede! Der muss einen guten Sattel haben, der One. Ach, du Sau, ey! Model, sehr viel Leben. Er schießt auf mich mit irgendeiner Shotgun. Ich seh ihn. Er ist in Wasser, ja. Ich grab ihn. Oh, fuck! Ich hab ihn gegrabt. Okay, sehr gut! Der ist tot. Ach, du Sau. Der Kerl, der ist hier bei mir. Seht ihn? Ja. Ich hab ihn gestunnt. Ich stunnt den die ganze Zeit durch. Ja, er ist tot. Alter, alter, alter. Guter Fight, Boys! Alter, Schöne! Mein Terry! Äh, mein Barry! 156. Äh, 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 äh... 200% Pistole! Al... Junge! Der ist tot! Alter! Ähm... Ja, wo war denn jetzt seine Basis? Dass wir da direkt... Alarm machen können. Haben wir... Hat der mir jetzt C4 mitgenommen? Nö, ich hab aber Granaten. Den... Ich würde gern das... Ich würde gern das Tier tauschen, um ehrlich zu sein. Hat der mal eine Kryo-Kapsel? Ja, äh... Ja, dann... Kryon, Kryon, Kryon. Wir müssen den Kryon. Das ist viel. Neben meinem... Neben meinem Blattstocker. Okay. Den Wasserfall runter. Einfach den Wasserfall runter, und dann hinten ist eine Höhle. Also noch keine Tunnel. Ihr seht das. Geradeaus den Wasserfall runter, und dann links halten. Links die Wand entlang. Den Wasserfall noch einen runter, links die Wand entlang. Ja. Ich... Ich... Ich muss mich halt jetzt umbringen, weil sonst komm ich ja nicht... Ich komm... Präg den nicht hoch. Fuck. Ja, ich... Ich komm... Ich komm so mit. Ich komm einfach so mit. Ich komm mit Crossbow und versuch mit drauf zu schießen. Links halten hast du gesagt. Ja, links halten, genau. Links die Wand entlang. Ah ja, hier ist die Foundation. Ja, ich seh's. Ja, genau. Da ist eine Höhle. Da geht's in eine Höhle hinten rein. Ja. Hab ich gesehen. Alter Schwede, ich zitter, ne? Ist das ein Fight gewesen. Das war ein richtig übler Fight. Alter, ohne die Barrier-Nexe. Ich lebe jetzt die Granaten auf das Tor. Da seht ihr, wie geil Barriers sind, ne? Ach du Scheiße, der... Der steht noch. Der steht noch. GIGER. 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 Oh mein fucking God, fucking Dinosaur. Was? Wie, die haben den GIGER. Die haben nur 4. GIGER. Als ob den ein GIGER 205 haben. Und die haben kein Toad, steht immer ein GIGER 205. Ja, so steht auch immer mit GIGER in Toads, ja? Ja. Okay. Alter, ich... Also mein ganzer Shit ist weg. Ja, ne? Der Pansz-Tock ist auch tot. Scheiße... Scheiße... Da haben wir jetzt nichts mehr zu kipfen. Plan B? Plan B? Was ist Plan B? Wir können nichts gegen den... Wir sind gefickt! Ich mein, wir haben uns mega gut geschlagen gegen die, ne? Das muss man ja mal sagen, aber... Alter, was machen wir denn hier? Aber ich glaub, die haben genauso Panik. Ja, wir hätten den, äh... Ich kann mit Crossbow auf den schießen. Das ist alles, was ich machen kann. Lol, ich bin ausgenockt. Warum bin ich ausgenockt? Ich hab ihn, ich hab ihn. Super nice! Die sind Level 109! Ja. Ich nehm den Platz, Dorko. Wo der Z-Kanaten klappt. Die haben halt alles, ne? Ach, da ist der! Ich krieg den halt nie und nochmal angezogen. Ich kann das nämlich nicht. Nicht in Stresssituation. Ich seh den. Wollen wir tauschen? Ja, ja, ja! Bitte, 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 bitte tauschen! Der ist hinter dir, Achtung! Aras, der ist da! Nein, 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 nein! Nein, er ist da! Er ist da an dem Buggy, er ist an dem Buggy! Ja, er schießt halt unserem Buggy. Ich hab ihn! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn! Ja! Ich hab weiter drauf! Er ist nackt, er ist nackt! Nice! Oh mein Gott, ey! Haben wir seinen Schritt? Pistel regelt. Ja, ja, wir haben seinen Shit, wir haben seinen Shit, alter Hund und... Alter, wir haben seinen Shit, wir haben seinen Shit! Pfff! Wir haben jetzt halt hier schon mehr Profit gemacht als... Echt mal, wir haben jetzt halt eigentlich schon... Der Barry Baird, der hat noch was gewählt, dass wir den behalten können... Ja, wir haben aber meinen halt noch, ne immerhin, also... Pfff! Wir brauchten eh irgendwie... Ja, ich hab ihn in die Presse! Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir halt einfach... Die sind halt einfach gut, ja! Die Boys sind halt... Der ist da drüben mit seinem Buggy! Hier, hier, hier! Nimm du den Buggy, Aras! Nimm du den Buggy! Ach nee, du hast die Shotgun, ja! Ihr habt Waffen, ne? Ich nicht! Ne, dann mach ich den Buggy! Keine Schussmücke! Keine Schussmücke! Keine Schussmücke! Ne, es hat nur zwei Schüsse im Besten gehabt! Dann sind immer die Chests vergeschossen! Alter, ich hab so viele Sachen jetzt dabei! Hast du denn irgendwelche Rüstungen für mich? Ja! Ich tue sie rein! Das, das hab ich, das hab ich! Äh, Z-Kanaten entlaufen, ja, ne? Ja! Vier Stück! Okay, gehen wir... Wir müssen halt auf den Traum! Ja, leider aber einfach keine Tiere mehr, ne? Ja! Ist der da überhaupt drauf? Der Gaststorke steht ohne Typ da, hier! Ah ja, dann kommen wir den beiden töten! Ja, töten, 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 töten! Er hat keinen Abspieler! Unten kommt einer! Äh, kommt einer geschwommen! Töten, töten, schnell töten! Zwei kommen, alle beide kommen! Die haben sich neu equipt! Drei kommen! Das sind drei! Das sind drei Stück, die sind auf der Insel unten! Ich hab mich gepfifft! Ich hab mich gepfifft! Hat er auch eine reine Position? Ah, verfassig! Ich hab gar nichts! Ich hab gar nichts! Leute, wir könnten hoch! Wir könnten alles nehmen und einfach wegporten! Und abhauen! Weil ich mein, wir haben das halt echt... Der Giga ist da! Der Giga ist da! Ui, hoch? Ja, hier oben! Ich bin hoch! Ich bin schnell hoch! Er ist wirklich am Arsch! Er ist einfach am Arsch! Dieser Kampf ging leider an unsere Nachbarn! Mit einem Giga konnten wir nicht mithalten! Jedenfalls noch nicht! Wie es weiter geht, seht ihr im nächsten Video! Er ist ein paar Mal, wenn ihr denkst! Ich bin einfach am Arsch! Schreie! Ich bin einfach am Arsch! Ich bin einfach am Arsch! Er ist einfach am Arsch!